Lege oder setze dich bequem hin. Komme zur Ruhe und schließe deine Augen. Atme nun dreimal tief in den Bauch ein und aus. Lasse deinen Atem nun wieder ganz normal fließen. Konzentriere dich dabei aufs Ein- und Ausatmen. So nutzt du den Atem, um deine Aufmerksamkeit nach innen zu lenken. Sollten Gedanken kommen, lasse sie wie Wolken vorbeiziehen. Halte nicht an ihnen fest. Erlaube dir, bei jeder Ausatmung alles loszulassen, was dich beschäftigt. Gib nach außen ab, was du nicht mehr brauchst. Du befindest dich an einem Weg, der in einen Wald hineinführt. Folge diesem Weg. Lausch den Geräuschen des Waldes. Atme die frische, würzige Luft ein. Etwas abseits des Weges entdeckst du einen kleinen See. Gehe dort hinüber. Der See ist ganz klar und rein. Ziehe dich aus und lasse dich ins Wasser gleiten. Spüre die frische des Seewassers. Tauche kurz komplett unter. Und drehe dann ein paar Runden durch den See. Genieße die Leichtigkeit. Die Entspannung und Ruhe. Spüre die Kühle des Wassers. Die reinigende Wirkung. Kehre nach diesem kurzen, erfrischenden Bad nun ans Ufer zurück. Dort liegt ein Handtuch und frische Kleidung für dich. Trockne dich ab und ziehe die frischen Kleider an, die dort bereit liegen. Es sind deine Lieblingsstücke. Du freust dich, sie jetzt in diesem wundervollen Augenblick tragen zu können. Genieße die Reinheit, die Frische. Kehre zurück auf den Weg und verlasse den Wald nun wieder. Kehre nun wieder ins Hier und Jetzt zurück. Bewege dazu deine Füße und deine Hände. Strecke dich, wenn du magst. Und komm zurück in den Raum, in dem du dich befindest. Atme noch einmal tief ein. Öffne dann deine Augen und spüre der positiven Energie nach. Genieße für einen Moment noch die Entspannung und kehre dann in deinen Alltag zurück. Bewege dazu enfant. Und dann geh jedes Sein wieder bei mir. Treue ein. Und frei bei mir her- und spüre der Gef states melanchütteme. ich melanchü Iman. Ich sosta lächzt von dirs. Iman kann euch noch lieber eine Aburteleinung. Ichrzeiss bin dich. Und beidewość manages ein dabei. Und deine Duplication gelungen верn. Und das diese Leichts euros-undern guaranteed. Fert mich einfach nach. Bewege dazu. sondern, und diese Wenn du dich besucher machen,